Moin Moin und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play und ich dachte mir einfach anlässlich des Ende des Jahres erscheinen Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain und am Final Metal Gear Solid 3 Spielen oder bereiten wir uns hier einfach nochmal auf dieses Spiel vor und spielen die wichtigsten Spiele. Eigentlich wollte ich alle Spiele die das zu dem Spiel spielen oder hinführen spielen, aber ehrlich gesagt sechs Spiele der 20 Stunden Kampagne, das ist mir doch ein bisschen zu viel muss ich sagen und jetzt dachte ich mir einfach, wir fangen hier einfach mal mit Peace Walker an und arbeiten von uns von dort weiter aus vor, denn Peace Walker gibt uns einfach einen wunderbaren Einstieg in die Story, da wir alles was bis hierher geschehen ist nochmal selbst psychisch aufarbeiten und hier quasi auch während der Geschichte wiederholen und uns das alles nochmal genau vorgeführt wird. Tor als kleinen Intro-Nord für alle, die das noch nicht wissen, also wir sind es in Lake ein legendärer Kriegsheld, damals auch Jack, haben wir über dich mit Namen genannt und nachdem wir im Auftrag der amerikanischen Staaten die legendärste Kriegshelde bis dahin wo Bors getötet haben, haben wir uns von den amerikanischen Staaten losgesackt, sind durch die Welt gezogen als Soldat oder als Mercenary und haben nun unser eigenes kleines Privatunternehmen gegründet, unser kleines militärisches Privatunternehmen wo gemerkt die Militärs auf dem Frontier mit unserer Hauptbasis oder helfen hier. Hey Boss! Wollt ihr mal um? Und natürlich wollen wir erstmal das Intro-Tutorial machen hier, ok unser Hauptbasis sieht noch nicht so toll aus hier, aber naja das kommt noch. Und also wie gesagt das Spiel bietet einfach einen guten Einstieg, ist allerdings eigentlich ein Playstation-Portacle-Spiel gewesen, wir spielen natürlich wie die HD-Version nochmal. Schau mal, meine Damen und Herren, der Boss wird uns befreundet! Schau mal wie es ist, Boss! Deine erste Priorität in der Kriegshelde ist, zu wissen deine Umgebung. Deine Leben betrifft auf, wo du bist, und wie schnell du kannst, dein Ziel zu finden. Darum, du musst erst mal bewegen, um deine Linie zu verbrechen. Um deine Linie zu verbrechen, benutzen den richtigen Stich! Jetzt, wenn ich dir eine Ordnung, schau mal in diese Richtung! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Du musst dich mit den Auf- und-Dun-Kontrollen kennenlernen jetzt kennenlernen. Schau mal die Action-Butte, wenn du bereit bist, um weiter zu gehen! Okay! Dann schauen wir deine Linie zu links und rechts! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Du musst dich mit den Link- und rechts-Kontrollen kennenlernen, jetzt kennenlernen. Schau mal die Action-Butte, wenn du bereit bist, um weiter zu gehen! Okay! Du kannst dich mit den Kontrollen verbrechen, wenn du mit den Optionen verbrechen kannst! Geht mit den Methoden, die gut funktioniert für dich! Schau mal! Schau mal! Geht mit den Linken! Schau mal die Action-Butte und schau mal die Knotrollen! Aber du kannst dich mit den Knotrollen nicht mehr, während du mit den Knotrollen stehst! Ich sage das wieder! Du kannst dich mit den Knotrollen nicht mehr, während du mit den Knotrollen stehst! Ist das klar? Ja, Sir! Oh, ich feiere dieses Tutorial hier einfach megamäßig ab, dass man hier, ja, dass einfach so eiskalt die vierte Wand bricht und uns genau sagt, was wir drücken sollen. Ok, also wir können ganz ähnlich wie ein Snake-Eater hier einerseits stehend schleichen, aber andererseits nicht und laufen. Noch Rollen machen. Jetzt haben wir Rollen! Rollen ist sinnvoll, um zu knackern, in deinem Weg zu knackern, und um zu gehen, wenn es umgekehrt ist! Du kannst es auch benutzen, um über kleine Dittchen und andere Obsteller zu rennen. Um rollen, schnapp den Knotrollen, während du raufst. Hast du das? Schnapp den Knotrollen, während du raufst. Oh, ich feiere dieses Tutorial einfach. Mein Ausbilder hat immer gesagt, wenn ich mal in Schwierigkeiten komme, soll ich einfach die Start-Taste drücken. Was für heute aus ihm geworden ist. Ja, diese Spiel hat einfach einen wunderbaren Humor, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Es wird richtig lustig. Ach man. Achso, ähm, zack. Dann können wir auch hier die... Zack. Next I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go. Go. I'm ready, Boss. Okay, also wir langen jetzt ein bisschen Nahkampf hier. Oh, das war nicht richtig. Oh, das war nicht richtig. Oh, das war nicht richtig. Wenn ihr Partner attackt, mach ihn believe, das ist das richtige Problem. Prepare yourself für Stunrod-Training. Go. Ich bin bereit, Boss. Das finde ich aber auch echt nice, dass man... Also ich muss sagen, es muss einem ja immer irgendwie beigebracht werden, hier so die Grundlagen, weil Spieler ja scheinbar nicht in der Lage sind sowas mehr selbst auszufinden. Aber... CQC, oder Close Quarters Combat, Prefers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go. Array, Boss. And... 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 Impressive, Boss. Next I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know, that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go. I'm ready, Boss. I'm ready, Boss. I'm ready, Boss. I can't say. My work, Boss. Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrain. Restrain your opponent and throw them on my command. Go. I'm ready, Boss. I'm ready, Boss. And I think that's the last exercise here in this 10 minutes of the tutorial. But I have to tell you how to restrain your opponent. We have to tell you how to restrain it all the time. But it's just too hard. Good work, Boss. Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go. I'm ready, Boss. Good work, Boss. Again. Go. Yeah, I don't know, guys. I'm really happy to play every game with you. I would definitely do it. I would also like to play every game with you. But, honestly, it's just too long. It's just too long. Because the games are just like 20 or so. All right. Why don't we do something else? Nothing special since the boss is here. Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, Boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go. I'm ready, I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready. But, I think that's the last one. We could do it two times, but, finally, that's the last one. And then we also got the last one. Yeah, I think it's too long. But, I'm sorry. Boss, press the attack button when the icon appears. Ach, now, now. Ja, I'm sorry. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. そう, you've got to let me put your hands on the internet. We're going to do it. Get up. Get up. Fine work, Boss. noch einmal und danach glaube ich werden wir dann hier auch wirklich ins interakt also muss eigentlich ich weiß gar nicht soll ich noch etwas sagen ich glaube nicht und stop that's it for today thank you boss snake what's going on cars we've got guests time to move don't worry it's not our friends from langley i brought up made sure we won't fall thank you big boss call me snake oh sorry big boss listen up for us there is no victory but in revolution doesn't one triumph or die we don't do either here ah thank you i feel like a new man there's no coffee like costa rican coffee so what brings a distinguished scholar from the costa rican government to columbia professor galvez comes from costa rica's university for peace you see over the past year there have been sightings of an armed group in costa rica they're not ours of course costa rica doesn't have an army correct article 12 of our constitution states that the army as a permanent institution is abolished the peace constitution you think it's rebels who fled nicaragua no no they don't appear to be gorillas they're far too organized what's your government's tag the authorities in san jose claim it's a multinational security firm hired by the development corporation of costa rica lies obviously they're bringing in state of the art weaponry and equipment by the shipload where'd they get that kind of cash i fear la cia may be involved the cia as you both know the united states views central america as its backyard even after cuba we've managed to maintain a delicate balance with the u.s. and your government can just get the boot we are not allowed to bear arms japan's constitution has something similar article 9 it says japan renounces war and can maintain an army i understand that you and your men have neither state nor ideology that you will fight any foe please you must drive them out of our defenseless country we come to you the militaires sans frontières here so you want to hire us yes as our deterrent we can't afford to pay much it's true but we can offer you this a forward operating base an offshore plant in the caribbean sounds pretty good to me this place is becoming a mess anyway snake we need some place we can settle down the governments agreed to cooperate unofficially of course a chopper for transport would be nice too i'll see what i can do hold it you seem to think we're just a pack of dogs of war is that right? yes that's what i've heard you're an army without a state no we've only left our countries behind please you must help us if your suspicions are true force isn't gonna do any good you'll have to find a political solution the government's hands are tied go back to your bosses in san jose tell them that they want i'll introduce them to a negotiator i know no i'm not here on their behalf so what are you doing here? for over 20 years i've preached the virtues of peace at multiple universities tonight i stand before you as an educator this is my student she came to me to study peace her name is Paz 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 no kidding that's my name too Kazuhira it's japanese for peace pleased to meet you Paz call me Kaz ah they've got a supply port north of puerto limon a town in la costa del mar caribe a few days ago Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend she was captured she's only a child sixteen years old they did terrible things to her but somehow she managed to escape oh thank god she's swift Anna her mother died when she was small and she lost her grandparents in the civil war she hates war with a passion like no other my name is Paz and i will do anything to protect my namesake it is my one and only purpose please get them out of my country make them leave costa rica sorry kid we know who you are big boss that is why we've come to you soo und damit haben wir jetzt auch schon die erste Intro Cutscene hinter uns nach dem Intro Tutorial und ja tut mir leid Leute aber das ist halt einfach Metal Gear Solid aber dafür lieb ich es auch weil die Geschichte einfach so ultra übertrieben gut ist aber da muss man halt auch einiges erstmal erzählen und ja deswegen habe ich ja wie gesagt auch ganz bewusst diesen Teil hier ausgewählt obwohl dieser nicht so grafisch super mega geil aussieht aber dafür spielt er sich umso geiler und die Gameplay Features sind einfach mega nice ich muss sagen von Playstation Port im Spielspiel bis der Umfang hier im Spiel absolut Wahnsinn so aber ich will hier gar nicht groß meine Zeit verspenden denn ein zweites Tutorial brauchen wir ehrlich gesagt nicht das erste war schon lang genug das erste war schon lang genug ich muss mich bedanken für dich auf diese Schnecke Mann, ich bin froh, dass ich hier rausgekommen endlich können wir alle diese Scheiße in San Geronimo hinterher und zerreste in den mercenarii für reale lass mich sagen du machst das für sie für sie für sie für sie für sie und auf für sie Wir sind noch hier. Komm schon, Snake. Das wäre gut für uns. Sie sind bereit, uns eine off-shore-fläche zu geben. Ein Ort, wo wir endlich ein paar Routen legen können. Das ist unsere Chance, um MSF zu expandieren. Wir brauchen einen Ort, um uns zu bleiben. Wir sind Nomad. Wir werden immer noch sein. Was? Wollt ihr weitergehen, von Konflikt zu Konflikt? Tools in der Hand von jemanden, der in der Zeit kämpft? Nachdem wir uns unterhalten, wer sagt, dass wir die Warmonger werden? Hör auf mich, Snake. Wir sind nicht mercenärer. Wir sind keine Legionäre. MSF ist ein Geschäft. Ein neues Kind von Geschäft. Schau. Es ist nicht wie wir versuchen, eine Krieg zu beginnen. Alles wir brauchen, ist herausfinden, wer diese Sicherheit wirklich ist. Komm schon, Kaz. Es ist ziemlich klar, dass sie mit der CIA zurückkommen sind. Warte mal. Das bedeutet... Unsere Freund, der Professor, ist sicherlich KGB. Ich verstehe. Wir werden uns einen Feind von unserer Landwirtschaft machen. Und es gibt keine Rückwärmung. Gah! Das verdammte Ding wird nicht geliefert. Huh? Warte mal. 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 Warte mal! Fünf Jahre alt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn du ein ziemliches Ziel gewollt hast. Warte mal. Central America is the naval of the American continent's bridging north and south we want this land We'll build a socialist stronghold then use it to split the Americas in two America would lose its backyard and With it its economic production shipping lanes and strategic value We on the other hand would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach He who controls Central America will win this cold war first Toppling the pro-american Samoza regime in preparation we've begun instigating anti-samosa sentiment and Providing aid to the Sandinista National Liberation Front You're manipulating Sandinista into overthrowing Samoza for you After the revolution Nicaragua will become a socialist state You think America's just gonna let that happen certainly not after all the CIA is already here and That's the armed group inside Costa Rica Precisely It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua Simply put the army now stationed in Costa Rica is CIA capital But it's more complex than that the CIA's got something else planned as well What? That is the million dollar question Big boss, we want you and your unit to find the answer Infiltrate and investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned Learn all you can of their operations Then drive them out of the country Huh, you're asking us to settle a turp war between the KGB and the CIA What about her that was all just an act? Hmm, you mean her words about peace She was captured that much is true But I've kept my KGB affiliation from her And you thought we'd fall for a sob story No, I had good reason to bring her along She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky Why were they attacked? I believe this will help explain Perhaps they saw something they weren't supposed to Perhaps they heard something they shouldn't have A cassette tape? Paz took this during her escape She says her friend happened to record it by accident What is that? A portable stereo cassette player The first of its kind Ah, I heard they were working on something like that in Japan Didn't know you guys were too I believe what you're about to hear will help you understand What is that? A quetzal? The phoenix bird Paz's friend was researching birds She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this So? So what? Now it gets interesting You know? And it's just me That you can do that I need to get rid of it I chase it back to it now You can't The snake is too vicious It's on many people I chase it away It will bite you unless you kill it Go home Ah, voiceprint analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero und Kriminell, der Boss. Was? Die anderen haben sich nicht identifiziert. Mädchen in ihren 30ern mit einem Britannischen Akzent. Die Song, die in der Hintergrund in den Hintergrund war ein Hits in 1973. Was wird es sein? Loyalität zu deinem Land oder Loyalität zu mir? Deinem Land oder deinem Mentor? Deinem Mission oder deinem Berufs? Ich... Was ist in der Heimann-Kooster-Rager? Als ich das entstanden habe, sie war dein Kommander. Sie kämpften von deinem Seite. Und dass du sie und ihre Ordnungen von der CIA-Ragerkirchen hast. Und dann überraschst du sie, um die Heroin wie Big Boss zu sein. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country. Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For pass. Okay. For peace then. Okay, then just for peace. I believe he's for the boss. But yeah, we'll see later. But it's important, you don't just hear from me. It's a bit of background information, und dass wir halt damals unsere Mentoren, die legendäre Kriegsfelder, the boss getötet haben. There they are. CIA Mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Okay. Avoid combat whenever possible. Ja, also das für alle, die es nicht wissen, wettige Solid ist ein Schleifspiel, also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier alle Leute irgendwie, egal irgendwie mit Headshots und sonst werbballern, ja okay, doch eigentlich schon, wenn wir die Betäubungspistole benutzen. Und ganz genau. So, also Leute, nur so zur Erklärung, ich spiele mit meinem normalen Spielstand hier das ganze Spiel nochmal durch, weil das eigentlich nicht so das Problem ist. Wir haben natürlich jetzt schon Unmengen an Waffen und sonst wie freigeschaltet, dann müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen werden. Aber prinzipiell glaube ich, wird das nicht so den Unterschied machen hier, da ich eh versuchen werde, möglichst an allen Leuten vorbeizuschleichen oder ansonsten sie zu überfallen, da ich noch einige Überfälle brauche für eine bestimmte Medaille. So, da ist alles ruhig. Hier auch. Da auch. Da auch. Der da oben geht weg. Der da vorne guckt auch weg. Wunderbar. Oh shit, oh shit, oh shit. Ist jemand da? Uh, lieber schnell weg. Ah, wunderbar. Und damit haben wir auch die erste Mission hier glaube ich geschafft. Yes sir, we broke them. We require the whereabouts to target 5-0-0. Acknowledged. Out. The cargo. Where's it headed? What is it? Your suit. In the mountains. What's up there? Is that just the Groove? Uh huh? Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Oh my god. Ich kann es auch nicht sagen, ich kann es auch nicht sagen. Das ist Snake. Kaz, kannst du mich hören? Laut und klar. Du hast ein Radio. Es hat ein Kürzelt, der die Audio-Fase verabschiedet hat. Wir ändern die Frequenz von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass wir nicht detecten. Ich habe ein Bild von der Basen, die Kürzelt zu den Marzen, nach Irasu. Schön, Boss. Kaz, dieses Ort ist voll von Film Badges. Dozens von ihnen. Film Badges? Wie die, die benutzen, um die Radiation zu verabschieden? Die Radio-Mam ist ein. Und wer er mit der Kürzelt hat, der Kürzelt hat, die Kürzelt. Wait, das würde ich sagen... Nukes. Sie bringen nukes in Costa Rica. Only Mother of God. Das war es leider auch schon wieder für heute mit unserem Let's Play Mattiger Solid Peace Walker HD aus unserer Road to Phantom Pain. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked doch das Video und abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Und wenn ihr noch nicht genug von meinen Let's Plays habt, dann habt ihr noch die Möglichkeit, eins meiner anderen drei Let's Plays, die hier gerade laufen, auszuchecken. Denn im Moment spielen wir gerade noch Alan Wake, Destiny und guter Letzt auch noch GTA San Andreas. In dem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.